Lyrikschule Gedichte verstehen Friedrich Schiller Die Bürgschaft Zu Dürnes, dem Tyrannen, schlich Möros, den Dolchem, Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. »Was wolltest du mit dem Dolche? Sprich«, entgegnet ihm finster der Wüterich, »die Stadt vom Tyrannen befreien. Das sollst du am Kreuze bereuen. Ich bin«, spricht jener, »zu sterben bereit und bitte nicht um mein Leben. Doch willst du Gnade mir geben? Ich flehe dich um drei Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Gatten gefreit. Ich lasse den Freund dir als bürgen. Ihn magst du, ein drin ich, erwürgen.« Da lächelt der König mit Ärgerlist und spricht, nach kürzem Bedenken, »Drei Tage will ich dir schenken, doch wisse, wenn sie verstrichen die Frist, eh du zurück mir gegeben bist, so muss er statt deiner erblassen. Doch dir ist die Strafe erlassen.« Und er kommt zum Freunde. »Der König gebeut, dass ich am Kreuz mit dem Leben bezahle, das frevelnde Streben. Doch will er mir gönnen drei Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Gatten gefreit. So bleib du dem König zum Pfande, bis ich komme, zu lösen die Bande.« Und schweigend umarmt ihn der treue Freund und liefert sich aus dem Tyrann. Der andere zielt von dann, und ehe das dritte Morgenrot scheint, hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint, eilt heim mit sorgender Seele, damit er die Frist nicht verfehle. »Da gießt unendlicher Regen herab, von den Bergen stürzen die Quellen, und die Bäche die Ströme schwellen, und er kommt ans Ufer mit wanderndem Stab. Da reißet die Brücke der Strudeln ab, und donnert sprengen die Wogen des Gewölbes krachenden Bogen. Und trostlos irrte an Ufers Rand, wie weit er auch spät und blicket, und die Stimme die Rufende schicket. Da stößet kein Nachen vom sicheren Strand, der in Sätze an das gewünschte Land. Kein Schiffer lenkt die Fähre, und der wilde Strom wird zum Meere. Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht, die Hände zum Zeus erhoben. »O Hämmer des Stromes toben!« Es eilen die Stunden, im Mittag steht die Sonne, und wenn sie niedergeht, und ich kann die Stadt nicht erreichen, so muss der Freund mir erbleichen. Doch wachsend erneut sich Stromes Wut und Welle auf Welle zerrinnet und Stunde an Stunde entrinnet. Da treibt ihn die Angst. Da fasst er sich Mut und wirft sich hinein in die brausende Flut und teilte mit gewaltigen Armen den Strom. Und ein Gott hat Erbarmen und gewinnt das Ufer und eilet fort und danket dem rettenden Gotte. Da stürzet die raubende Rotte hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, den Pfad ihm sperrend und schnaubet Mord und hemmet des Wanderers eile mit drohend geschwungener Keule. »Was wollt ihr?« ruft er für schreckenbleich. »Ich habe nichts als mein Leben. Das muss ich dem Könige geben. Und er dreist die Keule dem Nächsten gleich. Um des Freundes willen Erbarmet euch!« Und drei mit gewaltigen Streichen erlegt er, die anderen entweichen. Und die Sonne versendet glühenden Brand und von der unendlichen Mühe ermattet sinken die Knie. »O hast du mich gnädig aus Räubers Hand, aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land und soll hier verschmachtend verderben und der Freund mir der Liebende sterben?« Und horch! Da sprudelt es silberhell ganz nahe wie rieselndes Rauschen und stille hält er zu lauschen und sieh! Aus dem Felsen geschwätzig schnell springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell und freudig bückt er sich nieder und erfrischt. Die brennenden Glieder Und die Sonne blickt durch der Zweige grün und malt auf den glänzenden Matten der Bäume gigantische Schatten und zwei Wanderer sieht er die Straße ziehen, will allen den Laufes vorüberfliehen, da hört er die Worte, sie sagen, jetzt wird er ans Kreuz geschlagen. Und die Angst beflügelt den eilenden Fuß, ihn jagen der Sorge Qualen, da schimmern in Abendrotsstrahlen von Ferne die Zinnen von Syrakus und entgegenkommt ihm Philostratus des Hauses redlicher Hüter, der erkennt, entsetzt den Gebieter, »zurück!« »Du rettest den Freund nicht mehr, so rette das eigene Leben, den Tod erleidet er eben!« Von Stunde zu Stunde gewartet er mit hoffender Seele der Wiederkehr, ihm konnte den mutigen Glauben der Hohn des Tyrannen nicht rauben. »Und ist es zu spät und kann ich ihm nicht ein Retter willkommen erscheinen, so soll mich der Tod ihm vereinen, denn des rühme der blutige Tyrann sich nicht, dass der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht, er schlachte der Opfer zwei und glaube an Liebe und Treue.« Und die Sonne geht unter. Da steht er am Tor und sieht das Kreuz schon erhöht, das die Menge gaffend umsteht. An dem Seile schon zieht man den Freund empor. Da zertrennt er gewaltigt den dichten Chor, »Mich Henker«, ruft er, »Erwürgelt, da bin ich, für den er gebürgelt!« Und das Staunen ergreift das Volk umher. In den Armen liegen sich beide und weinen vor Schmerzen und Freude, da sieht man kein Auge Tränen leer. Und zum Könige bringt man die Wunder mehr. Der fühlt ein menschliches Rühren, lässt schnell vor den Thron sie führen und blickt sie lange verwundert an. Darauf spricht er, »Es ist durchgelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen. Und die Treue? Sie ist doch kein leerer Wahn. Sie nehmt auch mich zum Genossen an. Ich sei, gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte.« Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts »Lyrikschule«. Mein Name ist Johannes Thiele, ich bin Lehrer in Niedersachsen und ich rezitiere und interpretiere hier in jeder Folge einen lyrischen Text. Der heutige Text wird einer Gattung zugeordnet, die bisher hier im Podcast noch nicht vertreten war. Es handelt sich um eine Ballade von Friedrich Schiller. Schiller ist neben Johann Wolfgang von Goethe der klassische Autor schlechthin, dessen Balladen im Deutschunterricht bis heute rege frequentiert werden. Und es ist sogar recht wahrscheinlich, dass ohne Goethe und Schiller diese Gattung in der deutschen Literatur vielleicht gar keine Rolle spielen würde, dass sie also vielleicht gar keinen besonderen Stellenwert haben würde. Das liegt daran, dass die beiden Weimarer Großautoren im ausgehenden 18. Jahrhundert einen kreativen Wettstreit veranstaltet haben, der in die Literaturgeschichte eingehen sollte. Das Balladenjahr 1797. In diesem Jahr entstanden viele der bis heute bekanntesten Gedichte dieser Gattung. Zu nennen sind hier etwa der Handschuh oder auch der Taucher, beide von Schiller und der Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe. Allerdings muss man eigentlich von Balladenjahren sprechen, 1797 entstanden zwar je sechs Texte von Goethe und Schiller und damit die meisten. In den Jahren danach ging die Produktion aber munter weiter und auch der Text der heutigen Folge, die Bürgschaft, wurde erst 1798 verfasst und im folgenden Jahr dann erst veröffentlicht. Und Goethe auf der anderen Seite hatte schon Jahre zuvor bedeutende Balladen veröffentlicht. Im Balladenjahr war zum Beispiel der Erlkönig schon 15 Jahre alt und der Fischer sogar noch drei Jahre älter. Also Goethe war mit der Gattung schon etwas länger vertraut und hatte Erfolge damit gefeiert. Trotzdem lässt sich der Einfluss des Balladenjahres nicht unterschätzen. Die Texte wurden von Schiller im eigenen Publikationsorgan veröffentlicht, dem sogenannten Musen-Almanach. Und man darf nicht glauben, dass Goethe und Schiller einfach nur Autoren waren, die hier mal Texte geschrieben und veröffentlicht haben. Nein, sie waren auch gleichzeitig Kritiker, Verleger und Marketingabteilung in einem Film und bestimmten den Literaturbetrieb über Jahre hinweg so maßgeblich, dass ihre Werke schon im 19. Jahrhundert unangefochtene Klassiker und Fundament des literarischen Kanons waren. Also Goethe und Schiller haben maßgeblich mit darüber entschieden, welche Texte sind es wert, in solche Sammlungen aufgenommen zu werden. die waren sozusagen Türhüter der Literatur. Kein Wunder also, dass auch spätere Autoren sich an den Gattungen abarbeiteten, die diese großen Vorbilder bedient hatten. Und so gibt es auch eine ganze Reihe von Balladen von Fontane und Bert Brecht, die es ihrerseits zum Schulklassiker gebracht haben. Ich glaube, die meisten kennen von Fontane zum Beispiel John Maynard oder die Brück am Tai oder Herr Ribbeck von Ribbeck im Haveland. Alles das sind Schulklassiker, die heute noch in der siebten, achten Klasse behandelt werden. Alles Balladen. Aber was ist das eigentlich, eine Ballade? Die Ballade enthält der Definition nach Merkmale aller drei Hauptgattungen, also der Epik, Lyrik und Dramatik. Episch ist sie, weil es eine Erzählinstanz gibt, die wir in Gedichten sonst nicht unbedingt haben, die uns die Handlung übermittelt. Das ist auch wichtig, es gibt überhaupt erst mal eine Handlung. Das ist ja nicht in allen lyrischen Texten der Fall. Wenn man zum Beispiel an ein paar Texte zurückdenkt, die ich hier schon behandelt habe, der Panther, da gibt es keine Handlung in dem Sinne, sondern es gibt eigentlich nur Reflexion. Anders ist das aber in Balladen, da gibt es auf jeden Fall immer eine Handlung, die von einem Erzähler transportiert wird. Dramatisch ist die Ballade, weil insbesondere monologische und dialogische Komponenten vorhanden sind. Also direkte Rede spielt eine Rolle. Manchmal wird auch gesagt, die Handlung sei an sich irgendwie dramatisch, aber das ist nachgeordnet. Hier geht es in erster Linie um das formale Merkmal, dass es direkte Rede gibt. Und drittens ist die Ballade lyrisch, da sie in Versform verfasst ist und mit einem gesteigerten Formbewusstsein auftritt. Das kann bedeuten, dass sich die Verse reimen, aber das muss es nicht. Für die Balladen aus der Zeit der Weimarer Klassik, insbesondere natürlich aus dem Balladenjahr, gilt zudem, dass sie inhaltlich bestimmte humanistische Wertvorstellungen darstellen. Allerdings ohne diese direkt zu formulieren. Die Beispielhandlung der Ballade dient vielmehr dazu, dass die Leser sich selbst mit den Werten auseinandersetzen müssen und in dieser Auseinandersetzung im Idealfall eine moralische Reifung erfahren. Die Ballade will also auf unterhaltsame Art belehren und nicht den didaktischen Zeigefinger erheben. Auf Latein nennt man das protese et delektare Nützen und Erfreuen sollen die Texte. Und worin besteht hier nun bei der Bürgschaft der moralische Wert, der dargestellt werden soll? Das wird am Ende deutlich, mit dem ich heute einmal beginnen möchte. Am Ende ist der tyrannische Herrscher Dionys von der aufopferungsvollen Treue der beiden Freunde so gerührt, dass er seine finsteren Absichten vergisst und sich in ihrem Bunde sehen möchte. Sprich, er will sich an ihnen ein Beispiel nehmen und sein Leben ändern. Der eingangs vereitelte Tyrannenmord wird unnötig, da der Tyrann zur sittlichen Aufklärung hin bekehrt wird. Da ist das Messer dann nicht mehr nötig. Und genau das war Schillers Idealvorstellung ein aufgeklärter Absolutismus. Nicht Veränderung durch Revolution und Umsturz von unten, also bottom up, sondern Reformen von oben, top down, durch die mit den Mitteln der Kunst moralisch gebildeten Herrscher. Das Ideal war also, dass die Könige, Fürsten und so weiter durch Kunstwerke moralisch gebessert wurden. Schiller wollte das gesellschaftliche System also nicht vollkommen umstürzen, wie das zu der Zeit ja in Frankreich passierte, sondern er proklamierte vielmehr einen weniger blutigen Weg. Um diese Botschaft zu vermitteln, wählt Schiller hier einen bewährten Stoff, mit dem man ganz unverfänglich arbeiten konnte. Also unverfänglich bedeutet hier, dass man damit keinen zeitgenössischen Herrscher auf die Füße getreten hat mit diesem Text. Es war ein bekannter Stoff, nämlich die historische Figur des Dionysius I. von Syrakus. Dieser Dionysius I. galt schon in der Antike als Paradebeispiel für den Tyrannen schlechthin. Schon Platon und Aristoteles beziehen sich in ihren Texten auf ihn auch Zicero und andere Autoren. Dieser Dionysius oder kurz wie es hier bei Schiller heißt Dionys herrschte im 4. Jahrhundert vor Christus über Syrakus nachdem er die dortige Demokratie systematisch geschwächt hatte und er ist vielleicht auch noch dafür bekannt dass er mehrere Kriege gegen Kartago führte. Ein bisschen ein Vorläufer des späteren hellenistischen Imperiums. Um die Handlung in Gang zu setzen da muss ja irgendetwas passieren und Schiller steigt in die Geschichte so ein dass er einen missglückten Attentatsversuch schildert. Der Attentäter namens Möros in manchen Fassungen heißt er übrigens auch Damon der Attentäter beabsichtigt den Tyrannen zu töten um die Herrschaft wieder an das Volk zurückzugeben also ein altes Motiv eine alte moralische Fragestellung darf man töten wenn es die Umstände gebieten also darf man einen Tyrannenmord ausüben obwohl das Töten an sich ja eigentlich verwerflich ist und dieser Attentäter Möros ist sich dessen auch selbstbewusst dass das eine Handlung ist die verwerflich ist er nennt sie gegenüber seinem Freund und bürgen später auch frevelndes Streben aber er sieht eben keinen anderen Ausweg und deswegen versucht er den Tyrannen mit einem Dolch zu töten aber das wird nun verhindert und er wird vor den König gebracht in Ketten gelegt und als Attentäter erwartet ihn nun natürlich eine grausame Todesstrafe in Form der Kreuzigung jedoch erbittet er beim Tyrannen die Gnade vor Vollstreckung des Urteils seinen Schwester mit ihrem Verlobten zu vermählen das heißt offenbar ist er das älteste männliche Familienmitglied und so obliegt ihm zu dieser Zeit die Pflicht die Schwester zu vermählen als Pfand setzt Möros einen treuen Freund ein und der König willigt ein er hat dabei aber Hintergedanken er erwartet das was die meisten Menschen hier vielleicht erwarten würden nämlich dass Möros sich aus dem Staub machen wird und seinen Freund damit verrät damit würde sich Möros noch weiter diskreditieren und als ein treulöser Verräter dastehen und eben nicht als jemand dessen Beweggründe ehrenhaft genannt werden könnten das heißt also aus politischem Kalkül könnte man hier erklären warum Dionys sich auf diesen Handel einlässt er möchte damit sozusagen der Opposition die Argumente nehmen und einen Attentäter hier diskreditieren vielleicht möchte Dionys aber auch einfach allgemein beweisen dass Freundschaft und Treue keine verlässlichen Werte sind denn für ihn selbst als egozentrischen Gewaltherrscher zählen andere Werte für ihn zählen Macht Unterdrückung und Repressionen und eben nicht Treue und Vertrauen das ist etwas was ein Tyrann eigentlich ja nie wertschätzen kann ein Tyrann kennt nur die Angst die Angst vor dem Verrat und davor dass sich das Volk gegen ihn erhebt nun wie geht es weiter der Freund des Mörers zögert in Schillers Ballade keinen Augenblick im Gegenteil er vertraut fest auf die Treue seines Freundes und dies zu Recht denn der Freund der Mörers hat keines Falles vor sich aus dem Staub zu machen er nimmt an der Hochzeit seiner Schwester teil und macht sich sofort auf den Rückweg er zögert nicht das ist eine bemerkenswerte fast schon unglaubwürdige Charakterstärke Schiller deutet hier mit keinem Wort auch nur an dass ihn Zweifel oder Angst befallen die verlockenden Gedanken die wir jetzt erwarten würden die Verlockungen das eigene Leben zu retten spielen überhaupt keine Rolle die Freundestreue wird damit ideell überhöht jedoch stellen sich dem Möros verschiedene Hindernisse in den Weg auf seiner Rückkehr zurück nach Syrakus und so wird diese Rückkehr verzögert zum einen ist da ein Unwetter das eine Brücke einstürzen lässt weshalb er dann unter Lebensgefahr durch den Fluss schwimmt denn es ist nirgendwo sonst eine Möglichkeit der Überquerung gegeben kein Schiff ist da keine Fähre danach wollen Räuber ihn ausrauben aber er kann sie Kraft seiner Entschlossenheit bezwingen und vertreiben die Erschöpfung will ihn infolgedessen übermannen aber er findet durch günstige Fügung eine erfrischende Quelle all dies geschieht auch durch göttliche Fügung Möros ruft selbst wiederholt Zeus den Göttervater an und der Erzähler verweist auf das Erbarmen des Gottes mit Möros Schicksal und selbst die letzte Probe besteht er kurz bevor er Syrakus erreicht trifft er den Hüter des Hauses und dieser sagt ihm kurz vor seinem Ziel dass er zu spät sei und nichts mehr ausrichten könne dass er sich selbst retten solle aber auch hier wankt Möros nicht und so kommt er zum Platz der Kreuzigung wo er den Freund noch rechtzeitig auslösen kann und aufgrund der Unwahrscheinlichkeit seiner Treue sind Volk und Tyrann so überwältigt dass die beiden freigesprochen werden und Dionys sich in ihren Freundschaftsbund aufgenommen wissen will auch dies eine höchst unwahrscheinliche Entwicklung zum Ende die sich nur im ideellen Kosmos einer Ballade so zutragen kann deswegen spricht man hier auch von der sogenannten Untergattung der Ideen Ballade eine Idee oder besser ein Ideal steht im Fokus das durch die Geschichte veranschaulicht werden soll hier hier dies Treue und Freundschaft dass dies freilich eine höchst unwahrscheinliche Wendung ist wurde später oft angeführt und zum Ende möchte ich noch eine ganz hörenswerte Parodie der Bürgschaft hier wiedergeben und zwar stammt die von Lene Vogt einer Mundart Dichterin die also auf Sächsisch geschrieben und gedichtet hat und dort endet die Geschichte dann etwas anders zwar erreicht auch hier der Freund den Ort der Hinrichtung bei Vogt ist dies der Galgen und nicht das Kreuz aber der Tyrann handelt hier nicht aus sittlicher Besserung sondern aus politischem Kalkül er kann die beiden jetzt in dem Moment nicht bestrafen solange das Volk so positiv von ihrem Beispiel beeinflusst ist viel zu groß ist die Gefahr des Aufstands und darum endet die Geschichte darum ändert das Gedicht bei Lene Vogt im sächsischen Dialekt dann wie folgt doch weil alle Leute so jubeln und schreien da lädt er die Beten zum Dauerschgat ein und flistert zum Scharfrichter bis ohne Sorgen Mohengse in aller Gemütlichkeit Morschen ja und dies dürfte vielleicht der realen Begebenheit in einer Diktatur deutlich mehr entsprechen und damit bin ich für die heutige Folge am Ende ich danke wie immer fürs zuhören und sage bis zum nächsten Mal